Begrüßen Sie! Erlauben Sie uns, Ihnen über ein neues Angebot von Online Investments zu informieren. Es ist eine beste Partnerprogramm für einen Mensch, der einen Nebendienst im Internet sucht. Erlauben Sie bitte, uns Ihnen ein paar Besonderheiten zu erklären und eine interessante Information Ihnen zu geben, dass Sie keine Notwendigkeit haben, um eine andere Arbeit im Internet zu suchen. Sie können unser Angebot sehr interessant und nützlich finden. Wenn Sie ein paar Freistunde pro Tag und minimale Computerfertigkeiten haben, dann Sie ein Mensch sind, der sehr nützlich als Mitarbeiter für uns ist. Momentan arbeiten viele Leute mit uns im Laufe von langer Dauer mit und ist diese Arbeit für Ihnen Hauptarbeit im Internet. Jetzt haben Sie auch diese Chance, das zu machen. Jetzt haben Sie auch diese Chance, das zu machen. Jetzt haben Sie auch diese Chance, das zu machen. Jetzt haben Sie auch diese Chance, das zu machen. Erlauben Sie bitte ein paar Wörter über Online-Investments sagen. Wir haben mit neuen Entscheidungen im Business von Internet zu tun. Zurzeit haben wir schon internationales Niveau erreicht und arbeiten wir mit vielen Ländern. Jetzt arbeiten wir mit folgenden Hauptangelegenheiten. Investitionen Informationstechnologie Menschenquellen Wir hoffen, dass Sie die Bedeutung unserer Mission verstehen. Und unser Mitglied von unseres großen Kollektiv sein wollen. Stellen Sie bitte ein paar Fragen für Sie. Wollen Sie Ihres Leben verändern? Wollen Sie von nächsten Tagen überzeugt sein? Wollen Sie ein nützlicher Teil von Wichtige Gesellschaft sein? Wenn, ja, erlauben Sie uns, Sie zu gratulieren. Alles, was Sie brauchen, Sie können Antworten auf Ihre Frage bekommen und uns Ihre Resümee per unsere Webseite www.online-investments.cn senden. Danach, als wir Ihre Resümee bekommen und es erörteren, wir werden froh sein, Sie in unserer Gesellschaft zu sehen. Wir hoffen, dass Sie für unseres Angebot interessiert sind und wir Sie zwischen unsere besten Mitarbeiter sehen werden. Menschenquellen Antworten Sie bitte auf diesen Brief nicht. Einfach besuchen Sie uns im Internet. Antworten Sie bitte auf diesen Brief nicht. Einfach besuchen Sie uns im Internet. Menschenquellen 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 Antworten Sie bitte auf diesen Brief nicht. Einfach besuchen Sie uns im Internet. www.online-investments.cn Um eine neue Information zu bekommen. Registrationsform gibt es an diese Adresse. www.online-investments.cn slash de slash reg Aufrichtig Ihre d.web Online Investments